Warte, 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 wenn du toll bist. Ne, die Aufnahme. Wir müssen ja noch ein bisschen labern. Okay. So. Ja, welcome back to GTA Online. Mit dem Paven, Pippo und dem Martin neu dabei. Hallo. Ich nehm auch heute auf. Das hat ein bestimmten Grund. Ja, willst du erzählen? Den, falls er euch Salzstange erzählt wird. Nein, Paven, ich heiße nicht mehr Salzstange. Aber du heißt hier, heißt Salzstange. Ja, aber ich bin hier unbedingt... Paven, Entschuldigung, Paven, Paven. Ja, ähm, ja. Erstmal ist heute das neue Update gekommen. Das wollen wir austesten. Und das passt nämlich perfekt, denn meine fucking neue Grafikkarte will einfach nicht ankommen. Und ich hab meine alten beiden dafür verscheuert, damit ich mir die shoppen kann. Und die will einfach nicht ankommen. Also konnten wir die ganze Zeit nicht aufnehmen. Wir waren schon so schlau und haben schon vorproduziert bis Folge 16. Wegen dieser Kacke, weil ich mir schon gedacht habe, die brauchen noch ein bisschen. Aber sie ist immer noch nicht verfügbar, wird immer wieder verschoben. Kommt einfach nicht an. Deswegen nimmt Martin heute auf. Aber passt sich ja perfekt, da heute das neue Update kam. Und das testen wir so lange mal aus, bis meine Karte da ist. Und dann machen wir bei der Firma weiter. Genau. Und ich hab gar keine Ahnung von dem Spiel, weil ich hab ewig nicht mehr gezockt. Das heißt... Das hier hab ich aber auch. Na, ich weiß ihn nicht. Ich war's einfach auf den Muppets und ihr könnt euch daran ergötzen. Genau. Was ist denn das hier? Was ist das für ein Pimmelfahrzeug? Ja, ich glaub, es tut nur das. Was, was? Ich will den Job nicht verlassen. Was muss ich denn jetzt machen hier? Fortfahrt? Ja, genau. Und dann kannst du dich da bereit machen. Stätigen. Die Sichtspalme. Der wird eh alle meinen Mittelfinger erwischen. Reiz zum Spielen. Los, gleich. Los und go. Was ist das jetzt hier für ein Muppets? Äh... Ja, zwei Runden, glaub ich. Das sieht ja echt aus wie Trackmania, Alter. Junge, junge, junge. Einfach nur... Erster werden. Ja, was bleiben die denn hier stehen, Alter? Was ist denn das für ein Pimmelberger da vorne? Ah, weg mit dir! Willst du irgendwelche Jumps noch machen können? Ich hab keine Ahnung. Kommt alles noch. Ey! Du Sausack. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich komme gleich in Knusknuts Windschatten und dann hole ich euch alle. So, ein Popopoost-Button oder so? Oh, was ist das denn hier für ein Scheiß? Ach du Scheiße, ich drehe mich ja hier riesig rum. Oh, was ist das für eine Kackkare? Tada! Ja, du Cheater, Alter. Cheater. Was für Fußbälle, was ist das denn hier? Boah, was ist das denn? Oh, Junge, was ist das denn, Alter? Es ist ja original wie Trackmania hier. Ja, die Autos sind es ein bisschen nahmen. Voll die Püffelberger Autos. Ich komme! Da sind Ruhe! Geh weg! Nein! Die Rache ist meins! Oh, du Penner! Oh, ihr tschau! Oh, Mann, du bist ein Arschkind! Oh, Junge, da ist Redricher hier. Ach du Scheiße. Du bist auf dem ersten Platz. Ja, bin ich. Bin ich. Ja! Bin ich! Das sind wir eigentlich alle vorne. Was machen die anderen eigentlich? Ich bin ein Trackmania-Meteran, ne? Fuck, hätte ich nicht sagen sollen. Juhu! Ah! 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 Die Frage ist, was ist denn besser, blau oder rot oder gelb? Ja, wo musst du lang? Keine Ahnung. Da waren zwei Wege, hallo! Ich bin hin zu lang. Ich denke mal, rot ist schwieriger als gelb, oder? Wieso fahre ich mal rot lang? Wieso fahre ich auch mal? Ja, ich bin dir einfach gefolgt. Und ich hab verkackt. Ciao! Oh nein, jetzt bin ich wieder dritter. Oh, da hinten ist Peilte. Oh, was? Wie? Ja! Ich bin ich erster? Nein! 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 Ah! Ja, komm! Nein! Oh, fuck! Oh, ich bin einfach so dumm gefühlt, ey! Komm her, du Sau! Niemals! Mein Leben hat verkackt. Nein! Nein! Ja! Ja! Nein! 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 Ich komme! Ich muss warten überhaupt. Ja, ich bin... Irgendwo anders. Ich spiele andere Spiele als ihr. Alter, da hat er die Kurve genommen, wie ein Weltmeister. Was ist denn das für ein Dreckskarrenmist? Ach, zwei Runden auch noch. Oh nein! Ach, zwei Runden auch noch mal. Äh, wenn ich geht, kannst du auch noch mal für den Radiosender wechseln? Kuh! Kuh gedrückt! Oh! 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 Fuck, ey! Was gibt's da nicht? Was ist das Thema uns hier fickt? Erstmal Radio ausschalten. So... Was ist denn hier los? Komm her und lass dich ficken! Niemals! Ich komme! Ich komme! Nein! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Niemals! Ich krieg euch noch! Ich komme! Ich komme! Auf jeden! Geh weg! Nicht! Das war kein Scheiß! Oh, du wichst da! Oh, du bist ein Pümmelberger, ey! Ich rede doch genau perfekt wie ich hier hingedreht habe! Nein, nein! Ich habe hier... Ja! Mach die Scheiße! Ja, verpiss dich! Jawoll! Und zwar fahre ich aber auch links lang. Choooo! Oh, ich habe mein Baris gesstört. Ja, tschau, man, der Tapes war so geil. Wie hast du das geschafft? Diese Drehdinger habe ich weggefetzt. So. Oh Junge, du bist am Arsch der Welt. Wieso hast du so eine schnelle Kacke, Alter? Weil ich King bin. Ich bin auch am Arsch der Welt. Und zwar... So, hier habe ich das letzte Mal bekommen. Sieht doch gut aus. Nix. Komm mal. Wieso bin ich eigentlich immer noch dritter? Ich bin nur noch zu dritt hier drin oder was? Nein. Komm schon. Weiß ich nicht. Nein. Das ist jetzt. Ja, komm schon. Dritt. Jawoll. Junge, das war richtig spannend, ey. Heftig. Hä? Oh, was? Hab ich mich erschreckt? Auf einmal fliegt da irgendwo die Karte. Junge, Junge, Junge. Das war Martin oder was? Nee, das ist der andere. Du kannst oben aussuchen. Ah. Okay, einer ist noch drinnen. Ja, ich. Nee, der andere auch noch. Ist doch nicht letzter geworden. Wie nice ist das denn? Du bist. Erster. Weiter. Bei mir was hat es noch 4000 gegeben. 6000 ist ja lächerlich. Ich glaube, je mehr Spieler du da drinnen hast, desto mehr kriegst du. Bei mir war 16 bester Ball, dass du diese sechsten Tores bekommen. Charlie Zipfaked hat gewonnen. Aha. Nee, noch nicht. Was redest du denn da? Ich rede Blödsinn. Gefällt schlecht, gefällt gut. Was ist das denn für Auswahlmöglichkeiten? Enter drücken. Los. Enter. So, nehmen wir mal hier die Matze Bank genau. Matze Bank? Die Maze Bank. Matze Bank. Matze Bank. Die Matze Bank. Fuck, jetzt konnte ich nicht auswählen. Das macht nichts. Zu spät. Das ist Demokrati hier. Demokrati. 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 Mit I. Oh Mann, ich hab Hunger. Wer kocht was für mich? Siehst du, wie viele hier sind da? Ich hab... Rams. Horst. Oh. Oh hier, du schummelst doch. Du spielst mit Controller. Deswegen. Nee, du spielst mit Controller hier. Schiet da alles hier. Ja Mensch, das wird euch jetzt eine gute Runde mit so vielen. Alter Vater. Was soll das denn mit dir werden, ey? Hab ich auch noch ne Chance vielleicht hier. Martin, streng dich an. Streng dich an. Du musst den Zuschauern was bieten. Ach ja. Schwierig. Klasse Sportwagen. Alter, man kann hier Verkehr noch einschalten. mit einem Fahndungslevel. Ja. Ja. Ciao. Horst hier. Mach mal. Mach mal Spannung hier rein. Aufholen. Nein. Ich kann mein Dings nehmen. Ich kann meinen Forstitude nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du einen Sportwagen machen kannst du... Wenn du einen hast, selber deinen benutzen. Nimm ich doch meine getjunkte Karre, Alter. Die ist zwar scheiße. Könnt ihr schon was machen? Nimm meinen Rennwagen. Bei mir Stube. Oh ja, ist doch richtig schwul. Das nehm ich. So ein richtiger Viper-Motocross-Anzug. Ich nehm mir meine Rennkarre. Einer von meinen beiden. Sultang nehm ich. Gewinneraktion Gesichtspalme. Jawoll. Den Gesichtspalme. Eispalme wahrscheinlich. Einen Ficker. Einen Ficker kriegt ihr alle. Ich wette erstmal auf mich selber. Oh scheiße, zu spät. Gewonnen 45, verloren 45. Du hast doch geschummelt. Kann man die Wahl wählen. Ja, das haben wir damals gemacht und wieder Dings. Turbo und so, ne? Ja, genau. Tuning-Option. Ist auch viel zu heftig ey. 100 Level oder so. Wo bin ich denn überhaupt? Ich zieh euch alle ab. Ich guck schon wieder die falsche Taste hier ey. Fuck. Der fährt nicht los. Oh nein. Ich mach immer Pfeiltasten, aber es ist ja eigentlich Pfeiltasten. Das ist ja auch wieder so ein blödsinn mit so Pudels und so. Das ist ja. Guckt unten links. Guckt unten links. Ich sehe nichts. Ja, ich seh einfach gar nichts. Da wisst euch. Oh, meine Interaktion ist so für den Arsch, die Karre schleuert richtig rum. Alter, ich ficke dich. Ja, mein Fusilate, schießt da Fusilate, die Drecks-Huren-Karre. Alter, wir battlen uns hier übel. Ich bin der Erste. Ah, du bist da vorne, ich bin Vierter. Okay, das ist voll scheiße mit Aufholen und Windschatten. Oh, tschau! Jawoll! Ja, Erster! Das ist doch zum Beleid, das Aufholen gehts. Oh, ich ficke euch hier. Efte Glückheiten, Sänger, ganz lange. Ja, geil. Oh, Maul, ich war Erster. Und ich drehe mich im Kreis. Oh, du Hurensohn. Wo bist du denn, Martin? Ah, ich bin irgendeine Röhre mit so komischen Leuten. Wir betteln uns hier so gut. Nee, hinter Platz. Achter, glaube ich. Oh, du bist vor mir, du bist vor mir! Ja, roll! Ey, Maul! Nein, ich spring daneben! Oh, wie? Das ist doch gepackt. Das seh ich. Soll ich irgendwo Boost-Button oder so? Irgendwas ist denn hier los? Ich komm mir gar nicht klar. Ja, ich kann so über so Felder fahren. Oh, du. Oh, da hat er mich abgedrängt. Dieser Fixer, Junge. Der hat mich runtergeschleudert, ey, Maul! Ja, ich bin auch runtergeflogen. Ey, das kann nicht wahr sein. Ah, du warst das, oder was? Ja, tut mir leid. Gut, wer er sagt, tut mir leid. Jetzt traue ich dir sofort. Ihr werdet alle sterben. Oh, Junge, es geht doch so ab, ey. Hey, ist der Charlie von eben. Aber wieso ist meine Karre so schnell? Ich kann die gar nicht kontrollieren. Ich kann die auch nicht kontrollieren, hier. Diese Röhre, den macht mich. Ohhhh. Ohhhh. Boah, die bricht ja immer aus, Alter. Aber krass, krass hart. Ja, Alter. Also, Heckantrieb ist halt scheiße. Wer, wer? Ohhhh, Alter, traumhaft. Oh, traumhaft. Oh, traumhaft. Wieso ist das nicht auf Video? Oh, Junge, oh, ist das richtig Asseband fahren, Junge. Das mit VR-Brille, Alter. Muss ich ja kotzen von... Oh, nice, ist der Junge. Oh, Runde 2 von 2. Oh, wie? Wow, was mach ich denn da? Ja, liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass du so weh tut, dich erst anzuschauen. Ja, genau. Piss dich, du Nuttenbengel. Entschuldigung. Keine bösen Wörter hier. Warte, da bist du. Warte, da bist du. Ich bin Neuter. Achso, du bist ja hinter mir. Wo bist du denn, Pippo? Erster. Ja, Fick dich doch. Ich hab deine Position genommen. Ja, da ist einer weggefetzt. Sechster. Aber man kommt immer gut hinterher, finde ich. Das ist immer sehr... Ja, meine Karre ist übertrieben. Ich muss damit erst mal klarkommen. Ich weiß auch nicht, was ich da zusammen gebastelt habe. Alles reingeballert. Wie viele Spieler gibt's eigentlich? Neun? Oder gibt's mehr? Ich weiß es nicht. Also, Maximum ist 16. Aber ich weiß nicht, wie viele bei uns reingegangen sind. 12, aber am Anfang, ja? Oh, 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 Fischmann. Ich hau hier alle weg. Ich bin so ein Assi. Fünfter. Sehr gut. Ich komme nach vorne. Ich komme nach vorne. Du riss mich eh noch. Auf jeden. Ich komme mit Pippo. Ich komme mit Pippo. Ich komme mit Pippo. Boah. Das liegt auch Handbremse ganz vergessen. Boah. Boah. Fast and Fast and Furious Überholung. Mit 20 mal hochschalten? Ne, mit rüberspringen. Und dann bin ich dritter. Und rutschst weg und bin nur vierter. Fuck. Und da geht es runter an den Pummi. Oh, Junge. Ich sehe hier nichts mehr. Ach, diese Scheiß-Kameraführung hier. Fuck. Ja, ihr seid zu weit vorne, Pippo. Also, dich kriege ich nicht mehr. Ciao, da hat es einer verkackt. Da bin ich wieder dritter. Und ciao. Und der zweite ist vor mir. Also, du gewinnst auf jeden Fall. Oh. Ich glaube nicht, das hätte ich noch kriegen. Ich glaube, so weit seid ihr gar nicht weg. Zweiter. Alter. Oh, oh. Vom letzten Platz wieder nach vorne gefahren. Alter Malocha. Komm schon, da kommt das Ziel doch gleich. Ja. Ja. Oh. 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 Ah, nice. Penner. Ganz. Ja, guck mal, ich bin jetzt erst aus dem Tunnel raus. Ja, irgendwie bin ich gut durchgekommen. Andere hier nicht mit den Kegeln. Oh. Guck mir lieber zu, wie ich jetzt weiter werde, du Arschloch. Nein, Leute, bis zu mir zu gucken, wie ich letzter werde. Das ist auch frei. Wüsst'n du. Du bist Vorletzter. In irgendeinem Tunnel. Ach, wie? Nur Vorletzter? Ja, geil. Oh, ich dreh mich hier immer rum. Und Maul. Ciao. Was denn denn? Ciao. Ciao. Ich komm mal hier rein. Seh nur hier runter. Ey, warum geht das gar nicht mal wieder an? Das kostet mich richtig an, ey. Ich kann das Radio nicht ausschalten. Ach ne, das ist die Musik vom... Okay. Ich bin einfach dumm. Oh, jetzt bin ich in der Tat. 4FPS hab ich denn, wenn ich aufnehme meine Stimmkarte. Oh, ich hab super ein Ziel geschafft. Oh, Maul. Zähler. Hm. Das war wohl nix. Ich könnte auch mit meiner Stimmkarte aufnehmen. Das hat die Falle halt ein bisschen scheiße. Die Grafik hat ein bisschen runter. Boah, 14.000 hat das gegeben. Besser anzusehen. Ich hab 10.000 bekommen. Nice. Knusknut nie beendet. Ich mach dir nur Scheiße. Ich mach dir nur Scheiße. Ja, dann beende mal. Dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme doch bei mir wieder. Alles klar. Wir wechseln mal Aufnahme im Programmchen. Tschau. 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 So, meine Freunde. Da sind wir wieder. Yo. Mit dem kurzen Schnitt von Martens Aufnahme. Ja, ähm. Boah. Was für... Tschau. 1000 Spielereien. Ja, ich hab die eingeladen. Achso. Wir müssen mal... Wir müssen mal Spieler einladen und dann alle von der Lobby einballern. Wo ist denn das? Äh. Einer finden. Ich hab hier nur zwei Aus... Achta. Achso. Bin ich blind. Alle aus aktueller Sitzung. Genau. Okay. Ähm. Ja. Wie gesagt, die Qualität, die Grafik ist bei mir richtig runtergeschraubt, weil ich nur eine Übergangskarte habe. Aber für die Rennen hier ist ja egal. Passt schon. Es sei uns verziehen. Also wir testen wirklich nur aus. Hier, ne, mit den Stunts. Es geht mit der Firma definitiv weiter in den nächsten Folgen. Mal gucken, wie lang wir das hier machen. Was ist denn hier jetzt? Die Sitzung wird gestartet. Die Fiat. Ja, wann... Eine Minute läuft, wenn du Schnellstart machst, ab. Und da haben die Chance reinzukommen. Schade, jetzt fahren wir zu Fiat. Ja, aber danach geht halt... Ich kann hier wieder meine geile Karre nehmen. Wer sieht da eigentlich so schwul aus? Ja, ich. Das kann nur Martin sein. Was sagst du da an? Wieso habe ich eigentlich so einen Rennanzug? Wo kommt der überhaupt her? Kann ich mir auswählen, ihr Outfit, ne? Ach da. So. Ja, dann will ich auch so schwul aussehen, nein. Aber was? Da sehe ich aus wie normal. Ciao. Das ist scheiße. Cool, ich start vom ersten. Oder? Ja, ohne Aufholen ist das ja, ne? Eine sehr gute Geschichte. Gibt's kein Aufholen. Ja, man sieht schon, die Grafik ist absolut schäbig. So, jetzt kann ich auch mal ordentlich fahren hier. Ah! Aber wieso ist meine Karre denn so lahm? Hatten wir die Strecke nicht schon? Was? Tschüss. 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 Ja, mein Huck gegen Falte seine Karre ist eh keine Chance, wenn er einen Rennwagen hat. Ja, ist doch die geilste. Selber gemacht. Ja, ich hab jetzt mal eine andere. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, 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 guck. Oh, die ist ja richtig schriftlarm. Nee, die ist für die Flut. Die hat mir schon runtergefallen. Und das war's. Nee, das ist der Aschere-Wixer hier, wenn er sonst mit fährt. Sugar, sugar, sugar oder irgendwas. Wo bleibt ihr denn? Ja, ich bin vierter. Ja, Falte. Aufholen braucht man das nicht spielen, wenn man so'n Auto hat. Ja, dann bin ich halt zumindest mit Ehre Letzter jetzt hier. Nee, ich bin Letzter. Nee, ich bin Letzter. Nein, wüsste. Hä, ich bin Dritter? Ja, ist ja scheiße dann hier alleine vorne. Ist ja auch langweilig. Egal was wir machen, ist es langweilig. Ihr wolltet nicht hören, meine Freunde. Ihr wolltet nicht hören. Ah, ah, irgendwie boh. Wie bist du, sind wir vorbeigekommen? Da seid er. Da fliegt er. Oh, da flieg ich über die... Oh. Und tschau. Tschau, Karre zu schnell. Tschau. Oh fuck. Oh, da bin ich runtergesprungen. Scheiße. Oh man, ich wollt doch nur cool aussehen. Oh, da kommt der Erste. Ich ficke dich. Das ist der andere Spieler, ne? Hinter mir. Nee. Ich glaube. Ja, ich hab's, ich hab's ein bisschen spannender gemacht. Mit dem Zweiter, Mann. Ich dachte, dass die Leute es sehen könnten. Toll ich jetzt hier fahre. Scheiße. Scheiße. Hehehe. Topic, Alter. Ohhhh. 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 Die Karre ist so heftig, ey. Schwer weg. Hehehe. Mann. Ohhhh. 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 Verkackt. Unter mich Zweiter, Dritter, Vierter. Tschau. Tschau. Oh mann. Ohhhh. Älter. Oh nein. Da war Pippo und Tschau. Ohhhh. Da habe ich das Rennen weggeschmissen, meine Damen und Herren. So schnell kann es gehen. Ja, ich sag ja. Und der, der aufnimmt, bei dem ist verkackt. Egal, aber jetzt kann ich aufholen. Aber, ey, was mache ich denn hier? Na, tschau. Ich habe richtig verkackt. Kommt ein Fehler nach dem anderen hier. Egal, jetzt hier, komm. Jetzt werden hier die Gran Turismo und Project CarSkills ausgepackt. Was? Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt hier, komm. Jester. Power Metal. Der Power Metal Jester kommt jetzt von hinten. Mein denn ist Marder. Der Marder. Ich glaube, ich habe Marderschaden. Ein Marderschaden. Oh, was läuft da schon wieder auf das Radio? Oh, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Schau. Das kann jetzt nicht ausschalten. Doch, kannst du mit Google gut halten. Echt? Ja, wie soll ich denn das machen? Ja, ja. Das gehen wir nämlich auch immer einfach fahren. Das Radio ausschalten. Oh, wie mit Google. Wie mit Google. Schaffe ich nicht. Der fetzt sich los. Egal, Google regelt das schon. Hoffe ich. Ja, die werden das Video. So regeln die das. Ja, man kann die Titel ja entfernen. Aber bei Folge 13 zum Beispiel hat es nicht geklappt. Da kam man mit einem Fehler. Oh, da ist Pippo. Ah, das ist doch schon der Erste hier. Guck, der macht scheiße. Zack, den haben wir im Sack. Wo kann man den auf die Stuntkamera schalten? Nee, mit E. Nee, mit rechts. Mit rechts. Mit rechts. Rechte. 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 Steuerkreuz. Nein. Oh, scheiße. Kontrolleur. Ja, Pippo, mach mal scheiße. Genau. Und da ist Wala an dir vorbeigefahren. Jawohl. Ihr habt den gleichen, glaube ich, den gleichen Fehler gemacht. Ich hab mich gar nicht gesehen. Oh, oh, ciao. Oh, jetzt. Ciao. Termatenhäu. Oh, was war das? Oh, was mach ich hier? Ja, nein. Oh, was ist hier los? Ciao, hab ich verkackt. Schaff ich nicht. Ja, das war's. Das war's. Das schaff ich nicht mehr. Ja, wie weit packt er einen denn zurück, ey? Ja, bis zum letzten Checkpoint. Ja, geil. Das ist echt wie die Presse. Oh, die Stelle ist richtig scheiße hier. Oh, nein. Das ist erstmal die Maze-Bank wieder runter. Bin ich wieder dritter. Verkackt. Ciao, maui. Ey, dieses heiß Pylonen hier. Pylonen? Das ist für eine falsche Richtung. Willst du mich verarschen oder was? Pägel, glaube ich. Ciao, Checkpoint verfasst. Tag, agg. Ciao. Oh, maui. Was ist denn? Ich hab's schon niemal gesehen und bin auf einmal dritter gewesen. Ja, ich hab mir nicht mal beigefahren. Mein Leben ist kacke. Ich hätte niemals zwei Runden gemacht statt drei. Pippo, mach mal scheiße. Was kommt noch? Bei dieser eine Stelle krieg ich nicht hin mit der Karre hier. Da fett sich immer sonst so hin. Doch. Nein. Doch. Ich hab da noch übergeflogen. Ich glaub's nicht. Sehr gut. Da vorne seid ihr. Komm her, ihr Säcke. Ich ficke euch. Hast du schon im Kreis? Ja. Ich bin jetzt draußen. Ich bin aus dem Kreis raus, da bin ich rübergeflogen. Über die scheiße Wand. Dieses Kackradio. Na, ist doch einer. Und ab, runter. Nee, du bist schon nur beim Runterfahren. Was regst du dich eigentlich immer auf, ey? Alter. Du bist sonst wo. Du bist richtig weit weg. Kommt, den anderen kriege ich hier noch. Ja, er macht scheiße. Jetzt kommt wieder die spannende Stelle hier. Der Sprung. Der Sprung. Ja, was macht er hier? Piss dich, alter. Der Sprung da rüber? Ja. Weil da rutsch ich immer weg. Jawohl. Perfekt. Oh, du hast gesehen. Oh, schönes Ding. Oh, 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 er kommt. Da fiss dich. Aber er hat scheiße gemacht. Tschüss. Pippo, mach doch mal Kacke. Mach doch mal Kacke, mach doch mal Kacke, Mann. Du bist so ein Langweiler. Da fällt er runter. Er ist immer noch Zweiter geworden. Scheiße, ey, mein Leben ist Kacke. Ich bring mich einfach rum und fummelt hier meinen Rechner. Oh, wird er das schaffen, meine Damen und Herren? Noch 15 Sekunden. Er fährt Fehlerfreitüspilone und ballert in die Wand. Oh, das sind wertvolle Sekunden, die da verloren gehen. Er fährt jetzt in die letzte Kurve rein. Er hat noch vier Sekunden und... Oh, oh, oh. Ganz knapp verkackt. Ganz knapp verkackt. Plus null Punkte, cool. So, direkt das nächste hinterher hier. Pippo muss leiden. Den kriegst du ja alle. Ach, deinem schwulen Kosmonautenanzug da. Mal weg. Zufall. Ich bin hier für so einen Stunt-Fahrradfahrer. Oh, was? Seid schon behindert? Oh, Maul. Das könnte doch nicht bringen, ey. Immer rein. Jetzt schön noch 16 Leute. Das wäre optimal. Das geht doch mit den Vieren nur weiter, oder nicht? Ja, nee. Es kann auch sein, dass wir in der Lobby... Was ist denn da los? Bingenskirchen. Aha. Okay, Marten. Ja. Einfach. Ja. Spielersuche geschlossen. Mach mal auf, Marten. Und auf Quickstart. Schiller Start oder so, wie das heißt. Hab ich auch. Das ist scheiß Radio. Aus. Ich kann aber trotzdem keine einladen. Nee, das ist jetzt... Und dann geht's mal rein. Jawoll, rein. Rein. Ciao. Ciao, voll. Ciao. Ach du Scheiße. Der hat einen Reifen verloren. Der hat einen Reifen verloren. Oha. Würdest du sagen, kannst du gleich starten, wenn da... Kannst du starten, oder? Ja, hau rein. Scheiße auf den einen letzten Platz. Martin. Knus Knut ist der Horst. Knus Knut ist der Horst. Nonstop Pop Music FM. Läuft gute Musik gerade. Ja, hab ich weggemacht. Die Scheiße. Ein Hoch auf die GEMA. Ah, cool. Da kann ich auch meine benutzen. Wie geil ist das denn? Oh, ist sogar besser. Ihr Wichser, die Gesichtspalme kriegt er gleich. Oh, warte. Nein, nicht verlassen. Ich will hier anders aussehen. So. Und. Wie, nur so ein schwuler Helm? Nee, dann fahre ich ohne. Hier, wenn schon, dann schon. Dann sehe ich auch so. Ich habe einen Schutzanzug, aber Helm brauche ich nicht. Ja, wir haben denselben, glaube ich. Nee, ist ein anderer da. Wieso habe ich so einen schwulen Helm? So einen blauen? Nee, so einen, so einen, so einen, weiß ich nicht. Ich brauche so einen Kackhelm. Ohne Visier so einen. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht weg irgendwie. Oh, ciao. Was soll das denn werden, ey? Das wird ja mal richtig geil. Immerhin habe ich meine eigene Karre. Ja, wie geht er denn ab? Junge. Oh, ciao. Ich verpiss mich hier. Ich verpiss mich hier. Oh, ciao. Wie soll man denn hier? Ciao. Ciao. Erstmal ein bisschen Lüff. Ciao. Da kommt die Meute. Da kommt die Meute. Junge, wie schnell sind die denn? Was ist das denn hier? Ich mache einen Backflip. Ich mache einen Backflip. Oh. Ciao. Hauptsache. Oh, ciao. Verkackt. Ja, keine Ahnung. Ich konnte nichts machen. Jetzt hat er wieder das Radio an, ey. Mann, Alter. Diese Folge ist nicht sichtbar. Elfter Platz, ey. Elfter Platz. Ah, da kommt man wieder gut ran. Ich sag's nochmal. Elfter Platz. Ich sag's nochmal. Zehnter Platz. Achso, standst du da gerade? Was du hast, der da in die Bande geballert ist? Ich bin gerade vorbeigefahren. Achso, okay. Ich glaube, du bist nur hinter mir. Muss ich, ist das überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie geht's unten lang, mal geht's oben lang. Ja, du kannst wieder mehrere Wege nehmen. Oh. Ja genau, ich fett's in den Reihen, ey. Mann. Was ist das denn hier? Das kann nur Pipo sein. Nein, Pipo ist ganz vorne. Fick dich doch. In meinen Arsch. Wieso bist du denn immer ganz vorne? Keine Ahnung. Ich habe ein Schiedmodul gekauft. Oh, jetzt werde ich übermordet. Oh, jetzt haben sie mich. Oh, da kommen sie alle. Oh. Ich habe Platz, bist du kalt? Äh, Achter. Oh, da bin ich wieder dritter. Hä, ey. Wie unfair ist denn das? Ich bin über den Checkpoint gesprungen. Oh, jetzt hast du mir auch jetzt nicht passiert. Ja, es ist... Ciao, ja. Geil, ey. Nice. Wie unfair ist denn das bitte? Oh. Meine Karre ist so schnell. Mal wieder. Ja, toll. Ich gönne dir das nicht, Pipo. Wow, Junge, was ging denn hier gerade ab, Alter? Aber ich bin auch gerade dritter. Aber ich bin im Windschatten, deswegen habe ich gute. Da bin ich wieder erster. Wer ist für erster, Junge? Jetzt kann ich mich verarschen. Nein, sonst habe ich fast so wie Pelteless angeweilt geflohen. Hm. Ja. Das ist ein bisschen unverdient, muss ich sagen. Achter, geil. Alter, ist das ein Kampf hier gerade. Nein, da kommt... Tschau. Nein. Schon wieder drüber gesprungen. Ich darf kein Backflip machen. Ach, Mann, ey. Ich mach's doch auch ein Backflip hier. Ich weiß nicht, wie man es gut aussieht. Wie man es gut aussieht. Ja, ist ein hart. Geht ein Frontflip? Nee. Ich glaube, wenn du so eine bestimmte Position vom Motorrad hast, dann kriegst du übertrieben weiter. Ja, das ist so ein komischer Glitch, den die eingebaut haben. So eine bestimmte Position, dann kriegt man irgendwie so einen Boost. Oh, Junge. Jo, was geht denn hier gerade ab? Ja, ihr Wichser. Nein, vierter, dritter. Nein. Komm schon. In Schatten. Ja, und da kommt der Wisch. Ach, komm, ich ficke dich. Sechster, ums, sechster, fuck. Noll. Ich fahr mal unten lang. Nein, ist das Ziel? Komm schon. Nein, so knapp. Und ich war eine Sekunde. Ah, zweiter Mann. Oh, du Huren. Nein. Nein. Du hast mich noch reingeholt, der Wälder. Wilde Wichser. Aber... Wie geil war das denn? Geil. Komm, ich will wenigstens nochmal springen. Ja, hier, schaut mir alle zu, wie geil ich bin. Oh, das wird nichts. Oh. Was für ein traumhafter Sprung. Und jetzt kommt er nochmal, jetzt kommt er nochmal, jetzt kommt er nochmal. Und nochmal. Ach, schade. Nie beendet. Ja, ich würde auch sagen, das war's mit der ersten Folge von dem neuen Stunt-Update. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.